Okay, das sollte ganz knapp vor Mittelnacht gewesen sein. Sind das da? Oh. Heute ist der Tag des Gruppenfotos. Ich sollte nachsehen gehen. Okay. Das wird werden instant weggeportet. AK entführt. Das hatten wir jetzt hier schon ein paar Mal. Gut, dass ich nicht irgendwie den Schutzanzug anhab gerade oder so. Okay. 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 I just want to take a moment to thank everyone for being here at the Little Woods, and for always being there for Sandrock. That's right, it's been a long road up to this point, but at the end of the day, there's one thing we can all agree on. This town is our home. I'm happy to announce that this small grove we've planted is only the first step. After this, City Hall will begin working to secure funding for a new project, the building of a road to Portia. With this road, we can shorten the distance between us and that city state, driving down the cost of imported water. Das wäre richtig cool, wenn sie das irgendwann auch von den Spielen her verbinden würden. Also es wäre ein bisschen langweilig, wenn mein Charakter aus Portia direkt hier importieren würde. Ähm, halt weil zu viel Geld und super Werkzeuge und sowas in der Richtung. Aber irgendwie die miteinander verbinden, wäre eine sehr coole Idee. With a proper water source and our newfoundability to plant trees in the desert, it is my belief, no, my conviction, that Sandrock will be green again. Sehr schön. Oh, vielleicht, es gab einen alten SimCity-Teil, ähm, da konnte man mehrere Städte gleichzeitig haben. Man konnte dann gegenseitig zum Beispiel den Müll hinschicken oder Wasser importieren und solche Sachen. Vielleicht sowas in die Richtung hier, dass man in Güte, die man nur in Sandrock abbauen kann, also irgendwas Sandiges oder was auch immer, das halt rüber nach Porsche schickt und je nachdem, wie gut die Stadt hier funktioniert, kriegt man halt mehr Ressourcen in dem anderen Spiel und sowas in der Richtung. Das wäre cool. Hey. Ähm, Madame Mayor, do you mind stepping into the frame? Ja, du solltest auch sagen. Ähm, oh, richtig, natürlich. Everybody say trees! Tres! Now, where's the other mayor? The woman you wanted to feature in the article? Ma'am, time for your close-up! Die andere Bürgermeisterin, wow! Also ja, das ist wahrscheinlich, was jeder so denkt, weil Trudy halt super schüchtern ist. So zu hören. Mr. Ernest, do you mean me? I'm the minister here. Apologies, apologies to be sure. Still getting used to how you all run things in Sandrock. I'm sure you're very busy as well, so let's just come with me and we'll find you a nice backdrop for your frontpager. Ja, und am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass er das Ganze wieder vergisst und dann steht am Ende, dass sie die Bürgermeisterin ist und ja, mal gucken. Thanks again to everyone for being here. As they say, see you in the funny papers. Nope, I don't see you now. Alright folks, show's over. Head on back to your homes. Silvercore, less escort. Unsure? You're on the perimeter. Cap, you're with me. Penn, you stick with the minister and the poofy pants guy. Roll out. Gibt doch gar nichts zu verteidigen, oder? Ah, okay. Oh, you just have to try... He didn't even look at the photo. Was zum... Ist da Penn gerade weggeflogen? Say fuzzy pickles. Fuzzy pickles. Yeah. Hey, oh, huh? Careful. Ist das ein Trekking-Kaktus? Bitte sagt man, dass es ein Trekking-Kaktus ist. Justice, are you alright? That was cool, Boss. My gosh, that was Logan. Oh, the humanity. They took Matilda. Won't someone go after him? Eh, they have immer noch Trudy. I'm afraid those two are long gone. Are you alright, Sheriff? Do you want me to help you up? Hahaha. Mir geht's mehr als gut, Kumpel. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben will. You do? I've got it. Justice. While kareening through the air, must have reached into his utility belt and whipped out a tracking device, attaching it to Logan's horse. which will lead us directly to his lair. Brilliant! Ja, also es ist ein Trekking-Gerät, aber halt, es sah kaktusartig aus. Ich nenne es ab sofort Trekking-Kaktus. Das passt schon. Trekking-what? What kind of budget do you think we have? Okay, es stinkt einfach nur und die Katze kann das riechen? Oder haben wir einen Trekking-Hund? Nein, hier Hundesachen, ne? No. The substance stuck to that sinful scoundrel steed was none other than Katnipp. Katzenminze. Sehr gut. Captain, ho! Now, all we have to do is dem Junkie folgen. Dang! He's going pretty quick. Unsure. Let's ride. You too. Anybody who can fight. It's now or never. Follow that cat. You heard the man. Anyone willing to fight? Get whatever supplies you need from town and follow that cat. Äh, äh. Alle sind weg. Wussten. 1048. Ah ja doch, die laufen in die Richtung. Okay. Also da hinten. Da kann man auch schon so einen Bogen sehen. Allgemein. Also ich glaube, wir waren schon mal bei den Ruinen hier und man konnte nichts machen. Aber das da hinten sieht definitiv alles neu aus. Gucken wir mal. Das sind die Sandpinguine. Den nehme ich mal ganz kurz mit für Leder. Bestimmt ein bisschen hier ran. gerade aufgegangen. Auch nur dank dem größeren Magazin, ne? Das war schon echt gut, ja. Good work. Oh, hier sind mehr von denen. Das ist praktisch. da sind sehr viele Sachen um das Skelett rum. Müssen wir uns bei Zeiten mal angucken. Wir folgen jetzt aber erstmal unauffällig Anschuhe. Das da sieht Roboter wie sich aus. Welches ist hier irgendwo der Aluschrott? Bin ich schon seit einer Weile der Suche? Du siehst sehr auffällig aus, du Haufen, du. Nee. Ah, da. Rosenstein. Den brauchten wir auch mal für irgendwas. Noch eine besondere Art von Knochen. Das ist krass. Scheint wie das ist das Copy-Paste von da hinten, damit man also auch nicht interagieren kann. Oh, sogar eine neue Zone. Hey, Mieze. Hi, Mieze. Möchtest du Fleisch mochtest du nicht, ne? Das hat man, glaube ich, schon mal probiert. Wir haben keine Katzenminze. Magst du Koriander? Genau, du warst die Katze, die keinen Fisch mochte. Äh, hier, hier, probier Koriander. Na, ist okay. Outback. Warum ist es hier grün? Hm, ich glaube, wer auch immer hier wohnt, hat schon bessere Fortschritte gemacht mit der Bio-Kruste. Da warten sie. Ich. Er macht Stacheln an den Reifen ran. Keine Alureste. Okay, ja. Da sind wir. Super Plan. Genau, der Grad an Komplexität, die wir gewöhnt sind. Wir gehen rein und ballern. Ja, ihr könnt euch mit Trash kümmern. Ich schnapp mir die Kiste. Na, Stahlstange. Oh, sehr gut. Einzelbett. Ich muss schon was machen, alle Schuhe, ne? Okay. Wo geht hier noch so alles? Das ist noch Dünge. Oh. Oh, 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 oh. Böse Stelatiten. Hey, guck mal diese unsichtbaren Wände, Wände. Also von der anderen Seite dann darauf. Ja, okay. Bärenstein, nehmen wir mit. Hartholz, nee Holzbretter, nehmen wir mit. Jungs, okay. Sieht fast eins zu eins aus wie die normalen Hygiene wie aus König der Löwen und der hier wie aus Final Fantasy. Oh, mal so mal schaden. Ah, die Tee, die ist neu, glaube ich. Boston auch. Also die leben hier in einer ganz schön gefährlichen Höhle. Oh, oder sie haben die Tiere abgerichtet. Also bei Hygienen denke ich, dass sie besonders gut erziehbar sind, aber es sollte machbar sein. Bei Skorpionen kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Also allgemein Insekten domestizieren. Die haben eigentlich ihre Programmierung und ist gut. Ja, ihr macht immer weiter. Ich kümmere mich hier oben um. Das Ding. Was war da drin? Oh, wir sind voll. Ja, ich wurde ja auch entfühlt. Ich hatte ja keine Zeit, mein Inventar auszusortieren. Äh, ich kriege eine Milch und schmeiß einen Stein weg. Und. Ein Mikrochip. Ja, den hätten wir nicht liegen lassen sollen. Schön. Ihr könnt ruhig weiter schlafen. Hab ich den Trigger? Oh, okay. Slam, Slam. Wo ist denn diese... Oh. Mit diesen Wirbelangriff, mit dem ich... Eins, zwei, drei, vier. Hm, ich glaub sie haben auch an dem Kampfsystem in der Hinsicht was geändert. So, der sich eine neue Taste drücken. Das rechte Maus ist es halt Dodgen, nicht schwerer Attacke oder so. Egal, weiter. Weiter, 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 weiter. Ein Meisterwerk, Fischerei-Wettbewerb. Äh. War das Ganze jetzt nur ein kleines Extra-Secret? Und es wäre komisch, wenn Logan und Co. hinter einer zugefallenen Wand ihr Lager hätten. Da kommen sie halt nicht so schnell rein und trauen. Wir kamen von da genau. Da war die Kiste, die ich gerade gemacht habe. Hier war die Secret Wand. Das heißt, das müsste der Reguliererweg sein. Ah, ne Heilung vor dem Busfight. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um zu speichern. Okay. Kann ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen, das noch ein kleines bisschen runterzuschrauben. Okay. Und... Speichern. Jo. Das war dann ein neuer Stimme. Ja, das war dann ein neuer Stimme. Bitte, ich weiß gar nicht was. Lieber, erzähl uns, wo die Wasser ist. Ja, erzähl uns, wo die Wasser ist oder sonst. Wasser? Willst du unsere Wasser zerstören? Logan, du musst das nicht machen. Andy, das Instrument. Yes, sir. No, not that. Anything but that, please. Someone help me. Do it. No. Dang. What are they doing to pull Matilda? We gotta hurry. Weapon's hot. Let's do this. Tell us what you know, Minister. Reach for the sky, Bandidos. The Jig is up. Justice. Justice. You don't have to get messy, Logan. Listen, it's not too late to turn yourself in. We can go easy on you. Just hand over the feather. Nice and slow. You sure you got enough folks to bring me in? Yeah, I mean... Yeah, pretty sure. Let's find out. Spam. Uh. Wusste sogar we. dann kommt wohl seine Früstung ok jungs die müssen jetzt auch was machen sonst klappt das nicht ja ne geht gleich aus was haben wir noch gewonnen yeah was mag keine Quick Time Action Events ja ja nicht Zeitpunktanschuhe wir müssen Logan jagen ah we were so close this time let's just get the minister back to town she's been through enough for today I'm all right just a bit dizzy how how did you find me anyway minister I thought you never asked ok genau erzähl du das später wir gucken uns hier um und plündern ja ein bisschen komisch also erstmal war ich schockiert von dem Quick Time Action Dingens da und ich bin auch fast neugierig was passiert das Mana Schwert ja ich bin fast neugierig ähm was passiert wäre hätte man nicht gedrückt ob sie denn irgendwie gegen eine Wand geknallt wäre oder Logan sie mitgenommen hätte oder was auch immer ja ja ähm und das andere dass wir den Kampf gewinnen und dann trotzdem alle am Boden liegen ist immer so ne Sache aber ich werde im Stein das ist lila unser Hamm ich sollte hier einfach oh außer ich bin gerade blind ist das Schwert nicht hier drin heißt es ist ein Quest Gegenstand und kein regulärer Gegenstand den man nutzen kann sollten wir mit unserem örtlichen Schmied mal schnacken ob der damit irgendwas anfangen kann äh sonst ne große Bosskiste oder dergleichen sehe ich nicht da kommen wir her ja da kommen wir her hier wird ein Skyrim Ausgang sein richtig so ne schnelle Ausgang wenn man den ganzen Weg nochmal gehen muss ja oh nein doch nicht äh erstmal können wir dicht zerhacken und noch ein Bild das wir nicht aufheben können äh tttttttttttttttttttttttttttttttk okay verballern wir jetzt leider erstmal wieder mehr Geld aber das passt schon irgendwie selbe Bild wie vorher äh nein doch kein Skyrim Ausgang okay heißt wir müssten jetzt durch den ganzen Weg zurück und dann durch die ganze Wüste nach Hause zurück äh ja ich denke ich mach dann für heute erstmal Schluss äh wusel den Weg zurück und verbringe den Rest des Tages damit einfach nur Ressourcen zu sammeln äh sollte natürlich irgendeine Cutscene und dergleichen kommen hol ich euch sofort wieder zurück aber sonst wird einfach nur Ressourcen geschäffelt und Maschinen befüllt damit die Ressourcen verarbeitet werden können und sowas halt ja guti dann bis morgen bei der in im 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 im